Ab Montag, also ab 2. November, soll Deutschland runterfahren. Die Diskussion dazu ist ja riesengroß und die Frage, kann ich eigentlich dagegen klagen? Also kann ich juristisch dagegen vorgehen? Die wollen wir in diesem Video klären. Ich erkläre euch ganz genau, wie es funktioniert, was man machen kann, wie sozusagen die Prüfung da abläuft und am Ende könnt ihr entscheiden, klagt ihr, klagt ihr nicht? Wir sehen's! Hallo, mein Name ist Yukon Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Inhaberin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft. Wir machen ganz viele Videos zu Corona-Themen für Verbraucher, aber auch wenn man es nicht meinen mag, wir vertreten auch viele Unternehmen. Und klar, ganz häufig kommt zur Zeit die Frage, der Lockdown, kann man dagegen klagen, sollen wir dagegen klagen? Und am Ende des Tages bin ich immer der Meinung, Informationen durch einen Anwalt ist das Wichtigste. Die Entscheidung, die trifft der Mandant. Und in diesem Sinne informiere ich euch jetzt auch mal, wie das Ganze so funktioniert. Also keine Angst, ich mache euch nicht zu kleinen Juristen, aber ich erkläre euch ja das Prinzip erstmal. Ja, fangen wir an bei den Beschlüssen von Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten, die sind ja diese Woche gefällt worden und da ist ganz klar drin, dass wir ab Montag eben den Lockdown haben, dass Gastronomie und ähnliches schließen soll. Jetzt ist es aber so, dass diese Beschlüsse erstmal noch nicht so wirklich eine juristische Bedeutung im eigentlichen Sinne haben, denn die Bundesländer, die müssen diese Beschlüsse noch in Verordnungen umwandeln. Also sprich, das, was am Ende angegriffen werden kann, das ist nicht dieser Beschluss, sondern die jeweilige Verordnung des einzelnen Bundeslandes, die natürlich dann auf dem Beschluss beruht, aber juristisch klar angegriffen werden, das ist ganz klar, muss die Verordnung. Und da habe ich sozusagen schon den Clou vorweggenommen, klar, kann man eine Verordnung angreifen. Also was ich an Deutschland grundsätzlich sehr, 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 sehr schätze, ist, dass man alles überprüfen kann. Also sprich, die Frage, kann ich dagegen klagen, ist eigentlich fast immer zu beantworten mit ja, klar. In Deutschland kann man alles überprüfen lassen, finde ich super. Natürlich kann man auch die Corona-Verordnung überprüfen lassen, auch den Lockdown, auch quasi die Schließung der Gastronomie und allen weiteren Bereichen, die da jetzt eben betroffen sind. Ist ja genauso Körperpflege und alles. Also, ne, aber überprüfen kann man das. Ja, wie funktioniert das jetzt? Tatsächlich ist es so, jetzt ganz stark vereinfacht gesagt, dass dann das Gericht prüft, ob eben diese Verordnung rechtmäßig ist. Und da kommen die Aussagen von Frau Merkel ins Spiel. Vielleicht habt ihr das auch gehört, wie sie die, ja, die Beschlüsse begründet hat. Und zwar hat sie gesagt, sie sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Das ist nämlich auch der Maßstab. Also sprich, am Ende des Tages ganz, ganz stark zusammengedampft, wird ein Gericht darüber entscheiden, ob diese entsprechenden Verordnungen der einzelnen Bundesländer, die dann klar fast so aussehen wie der Beschluss, ob die eben geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind. Das ist sozusagen der Maßstab. Denn, ja, durch diese Verordnungen, beziehungsweise den, ja, davor geschalteten Beschluss, da wird natürlich klar in Grundrechte eingegriffen, in Rechte eingegriffen. Und das können die Gerichte überprüfen. Also sprich, so wäre die Reihenfolge, dass man wirklich sagt, man muss jetzt die Verordnungen der einzelnen Bundesländer abwarten. Dann kann man klagen. Und man kann auch in einem Eilverfahren klagen. Denn man muss halt auch als Anwalt sagen, die Mühlen der deutschen Justiz, ja, die sind jetzt nicht die schnellsten. Deshalb gibt es genau für diese Überprüfung, ob diese Verordnungen dann wirksam und richtig sind, gibt es dann auch Eilverfahren. Ja, und entsprechend wird eben das Gericht dann genau dieser Aspekt, die Frau Merkel auch schon angesprochen hat, prüfen. Und, ja, das sozusagen vorwegzunehmen, ich glaube, dieses Video wäre sehr, sehr lange. Die Argumente, ich glaube, die haben wir alle ganz gut von sämtlichen politischen Couleur gehört. Was dafür spricht, was dagegen spricht. Ich glaube, auch die Diskussion der Virologen haben wir alle ganz gut im Blick. Und all das, ja, das muss der arme Richter, so muss man es fast sagen, muss der arme Richter dann auswerten. Und tatsächlich dann, natürlich ist er nicht ganz alleine, gerade in dem Bereich sind es dann mehrere Richter, aber die müssen dann die Entscheidung treffen. Und ich glaube, dadurch wird auch verständlich, warum möglicherweise unterschiedliche Gerichte unterschiedlich entscheiden. Also es kann auch durchaus sein, dass da nicht eine einheitliche Linie kommt. Ihr habt es gesehen bei den Beherbergungsverboten, dass es also tatsächlich so sein kann, dass der eine Richter oder das eine Gericht das so sieht und das andere Gericht anders. Und das Ganze nennt man eigentlich auch richterliche Unabhängigkeit. Also das ist in Deutschland durchaus so gewünscht, dass man nämlich sagt, also der Richter soll das aus seiner Überzeugung heraus entscheiden. Der soll sich halt ein Bild machen und entsprechend seine Entscheidung dann auch eben treffen. Wenn er der Meinung ist, eben das Ganze ist nicht wirksam, dann wird er ein entsprechendes Urteil fällen. Und ja, dann kann man eben als Gastronom, der vielleicht dagegen geklagt ist, eben hoffen, dass dann das dabei auch bleibt und damit sozusagen die Schließung der Gastronomie vom Tisch ist. Kleine Anmerkung vielleicht noch am Schluss, auch wenn es jetzt nicht so ganz passt, die Frage, ob ich dann Schadensersatz bekomme. Die schließt sich bei unseren Mandanten ganz häufig an. Ist es dann automatisch mit Schadensersatz verbunden? Nein. Also auch da die Frage, ob man eine Entschädigung, so würde man das juristisch formulieren, bekommt, die wird dann wieder ein anderes Gericht klären können, dürfen und müssen. Also sprich, das hat mit dieser Entscheidung erstmal nichts zu tun. Also die Frage, ob die Verordnungen unwirksam sind, ist eine Frage. Die Frage, ob ich als Gastronom oder als Kosmetikerin oder als Hotelier, ob ich dann eine Entschädigung bekomme, die steht auf einem anderen Blatt. Das würde wieder separat geprüft werden. Also ihr seht, Deutschland, das Land der Bürokratie, in diesem Fall lebe es hoch, weil man wirklich alles überprüfen lassen kann. Ich hoffe, jetzt könnt ihr das Ganze besser nachvollziehen. Also kurze Zusammenfassung nochmal für euch, wie immer am Schluss. Die Beschlüsse von Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten, die müssen jetzt noch von den einzelnen Bundesländern in Verordnungen umgesetzt werden. Diese Verordnung kann man juristisch angreifen und zwar mit einem normalen Klageverfahren oder auch mit einem Eiltverfahren. Und innerhalb dieses Eiltverfahrens, da wird dann überprüft, was Frau Merkel immer angesprochen hat, ist die Maßnahme geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Und ja, wir alle sind gespannt, wie denn die unterschiedlichen Gerichte entscheiden werden. Gleich, unterschiedlich, wie auch immer. Was auch immer ihr tut, ob ihr dagegen klagt, ob ihr hundertprozentig dahinter steht, ob ihr es für richtig oder falsch haltet. In diesem Sinne bin ich ganz gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir total gerne. Also gerade, wenn es kontroverse Diskussionen gibt, freue ich mich über Feedback. Also schreibt mir gerne an info at kanzlei-mutschke.de. Und am Schluss sozusagen das, was alle versöhnen sollte. Mein Gruß sozusagen an euch. Egal, was passiert, ob ihr dagegen klagt, ob ihr es für gut oder für richtig erachtet oder für falsch. Bleibt auf jeden Fall gesund, denn das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020